So, unser toller Ferrari läuft jetzt. Wir haben ihn gestartet. Wir sind jetzt kurz vor der Probefahrt. Ein fantastischer Gentleman's Ferrari aus dem Jahr, also heißt es 250 GT Nachfolger vom Elena-Modell aus dem Jahr 1959. Ein wahnsinniger Sound. Es bewegen uns jetzt 240 PS mit 12 Zylindern. Wir haben den berühmten Columbo-Motor vorne drin. Maschine läuft klasse. Kernig, einer der schönsten Sportwagen der 50er Jahre, die seinerzeit als echter Gentleman's Ferrari gebaut wurden. Heute haben wir ein Riesenglück mit dem Wetter. Wetter ist hervorragend. Die Sonne scheint. Gestern hat es ja noch furchtbar geregnet. Aber das ist natürlich mit einem solchen Fahrzeug eine einmalige, wirkliche Freude, das überhaupt machen zu können. Ihr seht hier dieses traumhafte Armaturenbrett. Die Sportinstrumente. Der Tachometer, der geht bis 300 kmh. Der Drehzahlmesser. Ein wunderschönes Design in diesem Auto. Wir hatten jetzt an Samstag einen Gast bei uns im Hause. Ihr wisst, der Wagen ist sofort aufgefallen. Und da sagt der Luftschutz, das Ding ist ja dermaßen toll original. Er ist ja vor 10 oder 12 Jahren restauriert worden in England. Sämtliche originalen Teile sind richtig wieder reingebaut worden. Es gibt ja viele Ferraris, die sehen nicht mehr so ganz authentisch aus an der Restaurierung. Dieser schon. Der Wagen ist wirklich erste Klasse. So. Schöner Blick hier vielleicht mal zu uns in unserer schönen Heimat auf den Simsee. Könnt ihr gleich rechts unten sehen. Geradeaus ist die alleinstehende Linde und dahinter ist der Wendelstein. Das ist ja einigen Leuten bekannt. Ich werde jetzt mal in den höchsten Ort Söhl-Huben fahren. Zu unserem alten Fehlplatz der Kapelle. Ich muss noch ein bisschen langsam fahren. Die Maschine ist noch ein bisschen kalt. Wer wollte hier vorsichtig sein, das Auto soll ja lange und gut in der Sammlung in einem Top-Zustand stehen. Er soll nicht mehr gut gehen. Aber ich kann euch sagen, mein Autogefühl, der fährt Klasse, die Maschine. Die schnurrt herrlich dahin. Und man hat so dieses richtige, kernige Sportwagengefühl. Ich warte noch ein bisschen, ein bisschen schneller fahren. Damit das Öl schön 80, 90 Grad hat, dann könnt ihr ihn etwas mehr fordern. Aber er fährt wunderbar. Er reckt herrlich am Gas. Er hat Kraft, er hat auch Dampf. Das ist ein Auto ganz nach meinem Geschmack. Das ist wirklich fantastisch. Also da weiß man auch, woher die Marke Ferrari ihren Ruf hat. Das ist einer der faszinierendsten Automobile, die Enzo da Ferrari geschaffen hat. Und man hört ja nie umsonst, it's a Ferrari. So, hier vorne kommen wir mal zu unserer bekannten Kapelle. Da halte ich kurz mal an. Heute ein bisschen voll wegen des traumhaften Wetters, was wir hier haben. Wir haben einen wunderschönen Blick über ganz Bayern. Und da wollen wir mit unserem Ferrari 250 GT mal anhalten. Ich hoffe, dass wir hier einen Parkplatz finden. Ja, da vorne. Hier kann man erkennen, es ist ein Fahrzeug von Pininfarina. Hier ist das Pininfarina-Logo. Hier sieht man die ganz tollen Felgen dazu, die Speichenfelgen in dem Top-Zustand. Das gilt auch sonst für das gesamte Auto, für den Chrom und für sämtliche Details an diesem Fahrzeug, die wirklich alle fantastisch sind. Paul, wenn du vielleicht mal hier hineinschaust, dieses tolle originale Holzleingrad mit Aluminium, die tollen Armaturen, es ist alles in einem sammlungswürdigen Zustand. Besser kann so ein Auto nicht sein. Und ich bin ihn eben gerade gefahren. Ich kann euch nur sagen, der Wagen läuft erste Klasse. Unser Ferrari 250 GT wiegt nur 1300 Kilo, was natürlich sehr wenig ist. Und deswegen schafft er es auch in nur 7,1 Sekunden von 0 bis 100. Was für die damalige Zeit im Jahr 1959 ein irrer Wert war. Jetzt eine Frage, was kostet so ein Fahrzeug? Es sind ja von dem Auto 353 Stück gebaut worden, was nicht viel ist. Es sind schon welche verkauft worden für ca. 1 Mio. Euro. Es gibt aber auch schon welche für 500.000 Euro. Dieser Wagen liegt ca. in der Mitte, ist aber dafür wirklich gut bezahlt, weil der Zustand erste Klasse ist. So, unsere Mittagspause ist zu Ende. Jetzt starten wir nochmal. Benzinpumpe. So muss ich ein Ferrari anhören. So, dann wollen wir mal losfahren. Hier vor uns ist die Kirche von Söhl-Huben mit einem wunderschönen Blick über Oberbayern, unsere Heimat. Wir fahren jetzt zurück. Es ist natürlich heute eine Probefahrt bei diesem Wetter. Schöner kann man das nicht haben. Dann auch in einem so tollen Fahrzeug, in einem der schönsten Linien und Formen, die Ferrari seinerzeit geschaffen hat, Endfünfzigerjahre, zu einer Zeit, wo Mercedes noch Ponton Mercedes gebaut hat. Da gab es in Italien schon so tolle Fahrzeuge mit so einer fantastischen Form. Das war schon was Besonderes. Er läuft hervorragend. Wirklich ein tolles Fahrzeug. 240 PS auf 12 Zylinder verteilt. Mit einem berühmten Colombo-Motor. Eine Probefahrt, ganz nach meinem Geschmack, macht mir wieder wirklich Spaß. Und das sind dann so die Momente, wo ich genau weiß, warum ich 35 Jahre lang tolle Autos verkaufe. Weil das sind Erlebnisse, die hat man im Büro nicht und die hat man auch sonst nicht. Und die habe ich und ich werde das in Zukunft viel mehr nutzen, dass ich mit so tollen Autos durch schöne Bayern fahren kann. Unsere Probefahrt neigt sich dem Ende. War wieder mal ein faszinierendes Erlebnis für mich, in einem echten Pellinfarina-Coupé aus dem Jahr 1959 selber fahren zu dürfen. War wirklich einmalig. Jetzt ist einer der letzten Kurven vor Feuerberg. Ein tolles Auto. Jetzt ist die Maschine auch schön warm. Man merkt, dass er schön rasselig, toll läuft. So gehört sich so ein Auto. Das kann man eigentlich nur noch toppen, wenn man jetzt in Italien unterwegs wäre. In Italien ist so ein Wagen mit dieser Grandezza natürlich noch schöner. Da ist er schließlich geboren worden. Einer der tollsten und faszinierenden Autos. Einer der tollsten und faszinierendsten Marken, die es überhaupt weltweit gibt. Das ist für mich die Marke Ferrari. Und wir haben uns überlegt, in Zukunft noch viel mehr von diesen Fahrzeugen auch anbieten, euch anbieten zu können. Also wenn ihr ein paar Sammler kennt oder ein paar ganz spezielle Ferraris, bietet die uns gerne an. Wir haben genügend Sammler und Kunden, die wirklich Interesse haben an solchen Autos. Meldet euch bei uns. Wir sind immer erreichbar unter der Nummer 08036 und dann die 7004. Oder kennt ihr ja unsere Homepage, kargold.com. Ganz einfach, das wertvolle Samm Auto, Kars Auto, Gold ist wertvoll. Jetzt geben wir nochmal richtig schön Gas. Ein toller Wagen. Da läuft Rassen rein. So muss ich so ein Auto schalten, so muss die Maschine klingen, so muss das Fahrwerk sein. So, da ist euer Werk. Unser alter Hof, wo ihr das Auto besichtigen könnt. Ihr könnt uns jederzeit erreichen, auch am Samstag sind wir gerne für euch da. und ich hoffe ja, jetzt ist es sogar offen. Es war wieder eine erstklassige Probefahrt. Ich habe mich total gefreut. Ich bin begeistert, wie ihr seht. Das ist auch echt, weil mir das so viel Spaß macht. Direkt in die gute Stube in unserer Halle, Paul. Da sind wir. Hier steht das Auto, wo ihr es jederzeit besichtigen könnt. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und Freude. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.